Hallo, ich teste heute mit dem Fahrrad die Freizeitlinien im Fichtelgebirge. Ich stehe gerade an der Ersatzbushaltestelle in der Bahnhofstraße in Selb und schaue mir die Fahrpläne an. Ich weiß aus dem Internet, dass ich den Thermenexpress nehmen soll. Der fährt um 11.40 Uhr. Ich finde aber keinen Fahrplan, wo der Thermenexpress draufsteht. Mal schauen, wie es weitergeht, ob der Thermenexpress überhaupt kommt. So, eine Minute zu spät, aber der Bus ist da. Die Fahrradtour kann also losgehen. So, der Bus ist trotz einer Umleitung in Bischofskritt angekommen und die Radtour gestartet. Der nächste Stopp ist der Karches, denn ich habe Hunger. Wie es nach der Stärkung am Karches weitergeht und ob ich rechtzeitig den Bus in Wunsiedel erwische, könnt ihr in meinen Artikel auf unserer Webseite nachlesen.